Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Dieses Mal geht es darum, wie ich meinen eigenen Server, auf dem ich Proxmox installiert habe, über eine Fritzbox direkt ans Internet bringe, denn wir haben eine statische IP-Adresse gekriegt für unseren Keylook-Server und wie man verschiedene Dienste über ein Reverse-Proxy, in diesem Fall Caddy, ans Netz bringt. Ja, falls ihr sowas schon immer mal machen wolltet, dann bleibt dran. Dieses Video baut auf anderen Videos auf, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Darum ist es dieses Mal wichtig für euch, dass ihr euch auch die Folien anguckt und vor allem auch auf die Links geht. Also die Folien sind jeweils unten verlinkt und dort drin befinden sich hinter allem, was hier so blau ist, weitere Links zu anderen Videos oder zu Texten, die ich geschrieben habe oder zu Seiten, wo irgendwas vorgestellt wird. Da das Ganze wiederum über Proxmox läuft, nochmal ganz, ganz kurz die Zusammenfassung. Proxmox ist eine Virtualisierungslösung, die jetzt auf Basis von Debian 12 läuft und wir haben zwei verschiedene Betriebsmodi quasi einmal eine Vollvirtualisierung mit KVM realisiert und wir können auch Container da drauf laufen lassen. Das geht über LXC. Das Ganze hat auch ein eingebautes ZFS-Dateisystem. Da habe ich in, ähm, ja ist es die letzte Folge? Ja, für euch ist es die letzte Folge. Ein RAID rausgebaut mit SSD, um das Ganze zu beschleunigen. Über ZFS sage ich hier in diesem Video nochmal ein bisschen mehr. Und zu LXC-Containern erzähle ich hier was. Genau, also falls euch das so ein bisschen mehr interessiert in der Tiefe, guckt euch diese Videos an. Dann erstmal, wozu das Ganze gut ist. Wir haben einen Server bekommen, einen älteren Server und der soll verschiedene Dienste für uns übernehmen. Da soll zum Beispiel ein BigBlueButton drauflaufen für Videokonferenzen, für unsere Kilo Open Source und Linux Tage. Oder damit wir auch selbst was veröffentlichen können an Livestreams und Cast. Darüber kann man sowas machen wie Twitch, bloß man hostet das komplett selbst. Habe ich auch, glaube ich, schon mal ein Video zu gemacht. Guckt einfach mal nach. Das soll darauf laufen und verschiedene andere Dienste auch. Diesen Server, den wir gekriegt haben, den möchte ich durch Proxmox in verschiedene virtuelle Maschinen einteilen. Also die Ressourcen noch ein bisschen einteilen. Dass wir vielleicht eine virtuelle Maschine haben, die nur für BigBlueButton ist. Eine, die für die ganzen Uncast Instanzen sind. Wir brauchen diesmal drei. Also wir haben zwei Räume, aus denen wir streamen, plus ein nur Online-Raum, der virtuell ist, wo Referenten zugeschaltet werden, die nicht direkt vor Ort bei unseren Kilo Open Source und Linux Tagen sind. Und im Laufe der Zeit werden sich wahrscheinlich noch deutlich mehr Anwendungsfälle für dieses System ergeben. Ich habe mir diesen Server erstmal mit nach Hause genommen, um den vorzubereiten. Dabei wollte ich das alles so machen, dass ich am Zielort eigentlich bloß den Server bloß noch hinstelle, Netzwerk, Strom, also Netzwerkkabel und Stromkabel einstecke und dann nicht nochmal zu Tastatur und Monitor greifen muss, um da noch irgendwas einzurichten. Ja, jetzt kommen wir zu der Liste, was ich da gemacht habe und da fällt euch vielleicht auf, diese blauen Teile sind wiederum links. In der letzten Folge quasi ging es einmal darum, wie man jetzt Proxmox so umstellt, dass es auch ohne Abo funktioniert. Guckt einfach das Video dazu. Dann meine Dodger Tools habe ich auch installiert. Da sind verschiedene Skripte drin und kleine Pakete, mit denen sich administrative Aufgaben durchaus vereinfachen können. Und das ist was, was ich jetzt standardmäßig bei vielen Systemen mit installiere, weil mir das das Leben einfach deutlich einfacher macht. Dann in einem weiteren Video, da ging es darum, um automatisierte Aktualisierung, wie man das aktiviert, sodass der Server jeden Tag eine Aktualisierung macht und seinen Erfolg oder ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, aber eventuell auch seinen Misserfolg als Mail an mich schickt, sodass ich sehen kann, was sich da getan hat. Dann geht es um den SSH Reverse Proxy, denn wenn ich meinen Server zu Hause vorbereitet habe und im Zielort anschließe an diese Fritzbox, dann ist die ja erst mal so konfiguriert, dass ich von draußen nicht darauf zugreifen kann. Also baue ich ein Reverse Proxy, der Server nimmt, sobald er eine Internetverbindung hat, eine Verbindung zu einem anderen SSH-Server auf und über den kann ich mich dann per SSH natürlich auf meinen Proxmox-Server weiter verbinden. Also da die Verbindung von innen nach außen aufgebaut wird, also mein Proxmox-Server macht aktiv eine Verbindung auf und hält die auch offen, funktioniert das in die Richtung, denn so eine Fritzbox lässt erst mal von innen nach außen diese Verbindung zu, aber von außen, also dem Internet, komme ich nicht auf meinen Proxmox-Server auf. Wie man diesen Reverse Proxy installiert und konfiguriert, dazu gibt es einen Artikel, also dazu gibt es noch kein Video, soweit ich das erinnere. Genau, also lest euch den Artikel dazu. Ansonsten würde das den Umfang von diesem Video auch sehr stark strapazieren und ich habe im Moment relativ wenig Zeit. Dann natürlich möchte ich meinen SSH-Schlüssel oder meine SSH-Schlüssel in diesem Fall in dem Root-Benutzer von dem Proxmox importieren, denn Proxmox wird erst mal so eingerichtet, dass es bloß einen Root-Benutzer gibt, also es gibt keinen normalen Nutzer, sowas, was bei einer Debian-Installation immer abgefragt wird, wie soll dein Hauptbenutzer heißen, der eben nicht Root ist. Das gibt es bei Proxmox nicht, also importiere ich meinen SSH-Schlüssel bzw. meine SSH-Schlüssel direkt in den Root-Benutzer. Nachdem ich das Ganze natürlich auch getestet habe, ob das mit dem Tunnel alles funktioniert, das kann ich von zu Hause aus machen. Mein Proxmox-Server hat eine Internetverbindung und ich kann über den Reverse Proxy einmal durchs Internet wiederum auf meinen Proxmox-Server zugreifen. Das sollte funktionieren, denn im nächsten Schritt mache ich die Verbindung dicht. Also ich sorge denn dafür, dass ich nur noch mit einem Schlüssel, also meinem SSH-Schlüssel, auf diesen Root-Benutzer zugreifen kann, aber nicht mehr über das Passwort, was bei Proxmox erst mal erlaubt ist. Wenn das SSH nicht funktioniert hat, dann sollte ich da auf jeden Fall nochmal gucken, bevor ich den SSH-Zugang soweit dicht mache, denn da stimmt irgendwas nicht. Wenn das jetzt funktioniert hat, dann kann ich mich an die weitere Absicherung machen, SSH-Guard installieren und Fail-to-Ben. Wenn jemand jetzt versucht, durch Passwort ausprobieren oder auch mit irgendwelchen SSH-Schlüsseln da rumhantiert, der denen nicht darauf zugreifen soll, dann werden diese beiden Mechanismen gucken, aha, da sind irgendwelche ungültigen Zugriffe auf das System. Die IP-Adresse, die blocken wir jetzt erst mal und damit ist erst mal eine gewisse Zeit das System für diesen Benutzer von der IP-Adresse dicht. Wenn das jetzt alles soweit funktioniert hat, könnte ich hier jetzt noch ausprobieren, bevor ich das hier mache mit den Netzwerkeinstellungen, mal ein paar virtuelle Maschinen darauf ausrollen, habe ich natürlich gemacht, ob das alles soweit funktioniert und das war insofern alles in Ordnung, wie ich das haben wollte. Könnt ihr natürlich beliebig viel testen, wie ihr das haben möchtet oder relativ wenig, je nachdem, was ihr vorhabt. Dann geht es aber wirklich darum, um die Netzwerkeinstellungen so zu konfigurieren, wie eine Fritzbox das haben möchte. Also in meinem Testnetzwerk ist keine Fritzbox drin und dort habe ich andere IP-Adressen. Wenn ihr jetzt eine Fritzbox bei euch sowieso zu Hause habt, beim Vorbereiten von diesem Server, dann müsst ihr natürlich nichts umstellen. Aber für mich musste ich das einmal umkonfigurieren in Proxmox. Der hat eine lokale IP vorher gehabt und die muss ich auf diesen Fritzbox-IP-Bereich umsetzen. In der Datei etc.network.interfaces stehen die IP-Adressen statisch drin. Also der Proxmox-Installer, der fragt zwar einmal ab, welche IP-Adresse kann ich denn nehmen, aber die IP-Adresse wird dennoch statisch hier hinterlegt. Also so ein DHCP-Aufruf wird irgendwie nicht nochmal gemacht. Also einmal abfragen und dann wird das immer festgemeißelt, macht bei so einer zentralen Komponente wie bei einem Proxmox- oder Virtualisierung-Server irgendwie auch Sinn. In der Datei muss ich jetzt natürlich meine IP-Adresse anpassen. Üblicherweise ist die Schema 192.168.178. Und dann habe ich eine IP-Adresse. Da könnt ihr irgendwas nehmen, was bei der Ziel-Fritzbox noch frei ist. Ich habe jetzt mal exemplarisch die 23 genommen. Dann müssen wir natürlich auch noch das Gateway anpassen. Die Fritzbox ist normalerweise unter dieser IP-Adresse zu erreichen. Wenn das anders konfiguriert ist, müsst ihr es natürlich auch anders machen. Also das ist das Gateway und in der anderen Datei, der etc. resolve.conf, tragen wir den DNS-Server ein. Das ist üblicherweise eben diese IP-Adresse, wiederum die Fritzbox. Ja, nachdem wir das Ganze gemacht haben oder vielmehr ich habe es ja gemacht, ihr macht es wahrscheinlich nicht so oder macht es irgendwie anders, packen wir das Ganze ein. Ja, schön sicher verpacken und dann dahin bringen, wo es hin soll. Dann zu den Tunnel-Fragen. Ich habe auch mal so ein Video gemacht, Spaß mit Tunneln. Da erzähle ich noch ein bisschen mehr, wie das Ganze funktioniert. Wie man über SSH auf Ports von entfernten Systemen zugreifen kann und sowas. Guckt euch das bitte auch an, wenn euch das interessiert. Nachdem ich das System am Zielort aufgestellt habe, kann ich ja aktuell bloß über meinen SSH-Tunnel zugreifen. Dabei möchte ich mir ein paar Ports rüberziehen. Also zum Beispiel hier den 443 und den 80. Das sind die beiden Ports, über die ich die Fritzbox-Weboberfläche kriege. Obwohl beim 80er weiß ich das gar nicht, ob das so ist. Ich habe immer den mit FIFA 3, also HTTPS, verwendet. Das sind die lokalen Ports an der Fritzbox, die ich tunneln möchte. Und ich tunnel die zu meinem System, auf dem ich arbeite, wo ich vorsitze, auf den Port 10443 und den ungesicherten Port auf 10.080. Und wenn ich jetzt einen Webbrowser nutze, dann kann ich über Localhost und die Port-Adresse, die ich da angegeben habe, zugreifen. Und dasselbe mache ich auch mit der Proxmox-Weboberfläche. Die ist auf dem Port 8006. Das tunnel ich hier rüber. Also 8006, das ist auch der Port, den ich lokal bei meinem System haben möchte. Also da denke ich mir keine andere Zahl für aus. Das Localhost hier bedeutet, aus der Sicht des Proxmox-Server ist er natürlich er selbst. Also Localhost als Alias, auch wenn das für mich ja von extern irgendwas anderes sein kann. So wie das hier die IP-Adresse von der Fritzbox ist, die von der Sicht vom Proxmox-Server verfügbar ist. Denn über meinen Tunnel, also hier meinen Proxy, habe ich das Dings mal genannt, wird diese Verbindung weitergeleitet. Und der Root-Benutzer, das ist der Benutzer auf dem Proxmox-Server, über den das Ganze funktioniert. Ja, und der Port, den ich jetzt einfach mal ausgewürfelt habe, über den mein SSH-Proxy durchläuft, das ist jetzt mal diese Nummer hier. Ihr werdet das bestimmt anders gemacht haben. Und damit diese Verbindung, diese SSH-Verbindung auch nicht abgebrochen wird, wird da alle 100 Sekunden irgendwas durchgejagt. Also da wird quasi so ein Ping ausgesendet, diese Verbindung bitte nicht schließen. Wie das Ganze jetzt wirklich funktioniert, guckt euch das bei Spaß mit Tunneln an. Nachdem wir das jetzt soweit gemacht haben und eigentlich denken, oh, das ist eine tolle Sache, kriegen wir leider eine Fehlermeldung, wenn wir uns darauf verbinden möchten auf der Fritzbox. Denn da gibt es diese Fehlermeldung, der DNS-Rebind-Schutz ihrer Fritzbox hat ihre Anfrage aus Sicherheitsgründen abgewiesen. Ja, also Sicherheit ist immer gut, nervt an dieser Stelle doch irgendwie schon. Aber da das Gerät, also der Server, schon ein paar Kilometer von mir entfernt stand, kann ich da auch nicht einfach mal rüberlaufen oder fahren, um da mal an der Fritzbox was umzukonfigurieren. Das war mir halt viel zu anstrengend. Worum es sich genau bei diesem DNS-Rebind-Schutz handelt, könnt ihr bei diesem Link nachlesen. Da gibt es von AVM eine Erklärung dazu, warum das so ist und auch wie man Ausnahmen hinzufügt. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir in Proxbox eine VM mit Linux Mint aufgesetzt. Kann auch was anderes sein, aber hatte ich jetzt gerade schon mal vorbereitet. Und dann greife ich innerhalb von dieser virtuellen Maschine mit Firefox oder was anderem auf die Fritzbox zu, die unter dieser Adresse verfügbar ist. Und dann füge ich eine Ausnahme für Localhost hinzu. Also Localhost ist wiederum mein Host, den ich hier angebe und den ich auch dort angebe. Und wenn ich diese Ausnahmen hinzugefügt habe, dann sieht die Fritzbox, ja hier greift jetzt jemand auf mich zu und meint, ich heiße Localhost. Aber da ich die Ausnahme habe für Localhost, ist das auch in Ordnung und dann funktioniert das Ganze. Dann können wir jetzt über den SSH-Tunnel auf die Fritzbox zugreifen. Eine Zugriffsmöglichkeit aus dem Internet besteht weiterhin nicht und die soll ja auch nicht möglich sein. Also diese Web-Oberfläche von der Fritzbox möchte ich nicht im Internet sehen. Ja, das ist eine blöde Idee, sollte man auch nicht versuchen, obwohl es theoretisch irgendwie geht, aber nicht machen. Als nächstes konfigurieren wir die Fritzbox ein bisschen weiter. Denn im Moment kann ich ja wirklich bloß über den SSH-Tunnel zugreifen. Ich kann mir diese Weiterleitungsregeln bei SSH auch so erweitern, dass ich auf einzelne Phimes zugreifen könnte und sonst irgendwas damit machen. Aber das möchte ich ja eigentlich für einen Produktivbetrieb nicht. Dafür richte ich jetzt Port-Weiterleitungen ein. So eine Port-Weiterleitung nimmt den öffentlichen Port, der an der Fritzbox ist und der direkt im Internet ist. Und wenn da eine Anfrage kommt, wird das Ganze weitergeleitet zu einer virtuellen Maschine oder dem Proxmox-Server selbst. Wie ihr so eine Port-Weiterleitung in der Fritzbox einrichtet, ihr könnt euch das schon denken. Hinter diesem blauen hier ist der Link dazu. Guckt euch das mal an, denn ich denke mal, das kann sich auch bei verschiedenen Fritzbox-Versionen ein bisschen ändern. Eventuell müsst ihr auch nach einer anderen Version von der Fritzbox gucken, damit das passt. Was ich erstmal möchte, ich möchte den SSH-Port von meinem Proxmox-Server, also der läuft auf den 22er-Port, auf irgendeinen anderen Port legen, der übers Internet verfügbar ist. Und dann möchte ich vom Proxmox-Server, Port 80, also HTTP und 443, HTTPS für gesicherte Verbindungen, auch nach außen durchtunneln. Diese Ports belasse ich bei, also 80 und 443. Im Moment läuft da aber überhaupt nichts. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das wollen wir genauso. Die Port-Adresse, wo was läuft, wo die Proxmox-Weboberfläche läuft, die 8006, die wird auch nicht nach draußen durchgegeben. Das wäre wieder ein Sicherheitsrisiko. Das möchte ich auch nicht. Das mag sein, dass die bei Proxmox eine relativ gute Absicherung gemacht haben über Benutzername, Passwort, dass das sicher ist. Aber ich will sowas nicht im Internet sehen. Also von daher, der Zugriff über die Proxmox-Oberfläche soll immer über einen SSH-Tunnel erfolgen und niemals direkt über die Port-Adresse. Nochmal zurück zu dem Projekt, was ich eigentlich vorhabe. Ich möchte verschiedene Dienste selbst betreiben. Ich habe bloß eine einzelne öffentliche IP-Adresse. Aber ich habe verschiedene Web-Services, die alle ja auf dem 443er, dem HTTPS-Port, lauschen und ihre Dienste gerne nach draußen bringen möchten. Wenn ich jetzt mehrere virtuelle Maschinen oder Container habe, dann kann ich das ja gar nicht so machen. Ich habe ja bloß eine öffentliche IP-Adresse. Von daher brauche ich irgendein Zaubertool, so ein Reverse-Proxy, der erstmal entscheidet, wenn von außen eine Anfrage kommt, wohin das Ganze quasi geroutet werden soll. Und was ich auch noch dafür brauche, sind verschiedene Subdomains, also sowas wie www.keylux.de zum Beispiel, wo ich eventuell einen BigBlueButton-Server betreiben möchte und dann oncast1.keylux.de und oncast2.keylux.de und so weiter. Diese ganzen Subdomains, die leite ich alle auf die öffentliche IP-Adresse von meiner FRITZ!Box oben. Und dann installiere ich auf dem Proxmox-Server, der ja die Ports 80 und 443 entgegen nimmt, den Caddy-Server. Und der entscheidet dann anhand von der anfragenden Domain, also oder vielmehr anhand von dem, was der Benutzer in seinem Webbrowser als Domain eingegeben hat, wo das Ganze hingegoutet werden soll. Natürlich müssen wir erstmal Caddy installieren, da gibt es eine Anweisung hier auf der Caddy-Server-Seite, wie man das macht. Ich habe das ein bisschen umgebaut, also da haben sie Curl drin gehabt, ich habe das jetzt über WGET gemacht. Und die Sudo-Teile, die habe ich jetzt weggelassen, weil ich in meinem Proxmox davon ausgehe, ihr habt euch sowieso als Root eingeloggt. Was anderes gibt es sowieso erstmal nicht, es sei denn, ihr habt es irgendwie komplett umkonfiguriert. Also ihr seid Root auf dem System, da brauchen wir kein Sudo. Ja, da werden erstmal verschiedene Punkte abgearbeitet. Da wird erstmal installiert, damit ihr gesicherte Quellen habt, also HTTPS-Paketquellen und die ganzen Quellen auch über GPG-Signaturen überprüft werden können, ob das alles in Ordnung ist. Dann wird hier der Schlüsselbund für Caddy importiert, in einer Datei abgespeichert und dann brauchen wir noch die Paketquellenliste, die wird runtergeladen und hier drin abgelegt. Danach holen wir über apt-get die Liste mit den verfügbaren Paketen, also da werden die Debian-Server abgefragt, die Proxmox-Server und jetzt auch der neue Caddy-Server, der die Pakete bereitstellt. Danach installieren wir das Paket Caddy, minus Y sagt, keine weiteren Rückfragen, also das wird einfach so in einem Rutsch installiert mit den ganzen Sachen hier. Mehr Informationen findet ihr halt hier drunter, ein bisschen Erklärung dazu, auch für andere Plattformen gibt es das, aber da wir in Proxmox haben, haben wir ja in Debian 12 da drunter, von daher funktioniert das schon so, wie ich das hier gemacht habe. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch Caddy beibringen, was von wo nach wo geroutet werden soll. Wenn ich jetzt eine virtuelle Maschine habe, die unter dieser IP-Adresse verfügbar ist und einen Webdienst unter dem Port 80 zur Verfügung stellt, also ungesichert, aber das ja innerhalb von meinem kontrollierbaren Netzwerkbereich ist, ist das auch vollkommen in Ordnung. Da brauche ich eigentlich noch keine Verschlüsselung, da kann ich das auch noch unverschlüsselt machen. Also unter der IP-Adresse und dem Port befindet sich irgendwas, also vielleicht mein Owncast. Da möchte ich das Caddy anfragen, die von dieser Subdomain kommen, also www1.minserver.abc wird als Reverse Proxy konfiguriert, dass die Anfragen von dieser Domain da drauf landen. Und wenn ich jetzt noch eine zweite Subdomain habe, www2, der Rest bleibt gleich und das Ganze auf den anderen Server hier, die 43 weiterleiten möchte, dann mache ich das so. Und das kann ich jetzt mehrfach in diese Caddy-File reinpacken, also etc. Caddy-Caddy-File, das ist die globale Konfiguration dafür. Da kann ich das Ganze einstellen. Und das Nette daran ist, dass sich Caddy auch um die Beantragung und Installation von Let's Encrypt-Zertifikaten bemüht. Und wenn ich jetzt hier diese Domain habe und danach Caddy einmal neu starte, nachdem ich das alles konfiguriert habe, holt Caddy auch gleich für diese Domain und diese hier ein Let's Encrypt-Zertifikat und bemüht sich auch weiterhin, dass dieses Zertifikat auch immer wieder verlängert wird. Also total charmant mit dem Caddy. Also sehr einfach, deutlich einfacher, als wenn ich jetzt ein Reverse-Proxy über Nginx machen würde oder über Apache. Damit kann ich sowas natürlich auch bauen, ist aber von der Art her etwas komplizierter. Und ich muss dann über ein weiteres Tool auch sicherstellen, dass die Let's Encrypt-Zertifikate beantragt werden und auch immer wieder verlängert werden. Ja, also ja, es ist ein relativ weiter Weg, den ich jetzt in den letzten Tagen damit so beschritten habe. Ich bin natürlich noch nicht komplett fertig mit der Vorbereitung für unsere Linux-Tage, aber ich habe meinen Proxmox-Server jetzt soweit vorbereitet, dass ich den aus der Ferne wirklich administrieren kann, dass ich nicht zum Einsatzort muss. Das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen, vor allem wenn ihr in derselben Situation wie ich seid. Also ich habe bis jetzt virtuelle Maschinen für verschiedene Aufgabenstellungen irgendwo gemietet, beziehungsweise Kunden haben mir den Zugriff dann gewährt, sodass ich da Dinge einrichte. Aber jetzt war ich das erste Mal davor, ich musste wirklich komplett, ja, Hoster spielen, einen eigenen Server aufsetzen, auf dem ich Dienste irgendwie betreibe. Denn bis jetzt hatte ich nie eine statische IP-Adresse, sodass ich das auf eigener Hardware mir hinbauen konnte, wie ich wollte. Also mehr oder weniger so ein bisschen Neuland, aber mit den Erfahrungen, die ich sowieso im Laufe der Jahre, Jahrzehnte gesammelt habe, war das für mich jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Ansonsten macht es nach, lasst es bleiben, abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss.